Oh, oh, äh, Moment. Moment. Ja, 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 was geht? Meine lieben Freunde. Ja, das war doch etwas provisorisch. Und ich sehe, mein Bruder hat mir noch vier von diesen süchtig machenden Keksen übrig gelassen. Jawohl, ich schaffe es hier nicht aus dem Bett. Laura, ich hätte da eine Lösung. Wie wäre es denn mit einer Kaffeemaschine am Bett? Sprechen wir über den Run. Also, wir haben ja bisher immer Mario 64 zu 100% gerannt. Das heißt, wir haben alle 120 Sterne, die es in Mario 64 gibt, gesammelt. Unser Rekord war irgendwie, was ist das, 2 Stunden 34 oder irgendwie so? Jetzt machen wir einen 70-Star-Run. Man braucht ohne Glitches 70 Sterne, um dieses Spiel durchzuspielen. Und das werden wir heute mal tun. Die Runs werden circa eine Stunde 20 dauern. Das heißt, wir können pro Stream, sollten wir auch mal resetten, auf jeden Fall. Zwei Runs kriegen wir safe durch. Dann ist es nicht so, dass ein Run den kompletten Stream einnimmt, sondern wir haben quasi in einem Stream die Möglichkeit, mehrere Male das Ganze zu probieren. Ich habe echt keinen Schimmer von dem, was wir heute hier tun. Ich mache das heute hier im Stream blind zum ersten Mal. Der erste Run wird richtig peinlich. Danach wird es dann hoffentlich besser. By the way, ich habe gestern angefangen, falls ihr es auf Instagram mitbekommen habt, ich habe gestern angefangen, meinen Stream zu überarbeiten. Also dieses Design hier wird es bald nicht mehr geben. Von der Screen-Aufteilung her wird es leicht bleiben. Also, dass die Facecam hier so ist, der Chat da drüben und so weiter. In der Art und Weise, wie Gameplay und Facecam angeordnet sind, wird sich nicht viel ändern. Es wird aber alles eine neue Farbe bekommen und es wird einfach alles ein bisschen cleaner sein. Und einfach ein bisschen stimmiger. Wir gehen mal kurz rein und üben schon mal ein bisschen. Okay, wir starten unseren ersten Run in 3, 2, 1, Feuer frei. Aber ich kann einfach mit meinem Controller die Zeit splitten, das ist... Oh ja, das war ein sehr guter Lakitu Skip. Epic Goomba Kill. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Sehr schön. Es ist so schön, Mario 64 wird einfach immer in meinem Herzen bleiben. Es ist einfach allein schon, wenn ich hier sitze und spiele und dieses Gameplay genieße, es ist pure Liebe für mich. Nein, verkackt. Verkackt, absolut verkackt. Oh nee, das mag ich nicht. Sie machen Fotos, Taschen, Platzen, aber SM64 bleibt legendär. Hast du Beef mit Nerdy? Ja, ich habe Beef mit jedem Nintendo YouTuber. Mit jedem Einzelnen. Du hast auch Beef mit J.K. Rowling. Ja, ja, übel. Richtig nervig. Die geht mir voll auf den Sack. Ich meine, was denkt die sich? Harry Potter, Alter. Oh nein! Oh boy, da wollte ich zu viel. Save of the Jahrtausend. Bleib entspannt, Baby. Okay, alles gut, alles gut. Kaum kommen wir in den Stream, werden die Mods getisst. Die Mods werden nicht getisst. Die Mods erfahren einfach sehr viel interessante Liebe. Leute, wer die Mods dist, ehrenlos. Die sorgen dafür, dass ihr ein geiles Chat-Erlebnis habt. Aus ihr dist sie zurecht. Keine Ahnung, weil sie nicht genügend, äh, was weiß ich, euch nicht genügend Aufmerksamkeit schenken. Oder weil sie nicht ihren Namen tanzen. Mods sollten immer pro Stream einmal ihren Namen tanzen. Wenn sie es nicht tun, ehrenlos. Oh! Gleichzeitig runtergesprungen in den Star Run. Das war epic. Nein, jetzt bin ich hier reingedroppt. Das Loch kommt immer früher, als man denkt, Freunde. Das ist eine Lebensweisheit. Äh! Oh, Swag! Damn! Leute, wir kommen übel gut voran. Holy shit! Bin schon am Ende des Word-Dokuments. Noch 12 Sterne. Boy, dieser Run macht sauspaß. Du wirst mein eigenes Submitter stellen. Ich bin nie auf Reddit unterwegs. Ich bin halt auf Reddit unterwegs, wenn ich, äh, als ob mich der Lakitu in der Luft wegbüllert. Fast wieder. Fast wieder. Das ist noch nie passiert zuvor. Heute einfach zweimal. Was zur Hölle? Oh, nee! Diese unsichtbare Mauer hat mich schon so häufig zerstört. Ah! Oh, shit! Das war gar nicht gut, dass ich... Oh, nee, 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 nee. Ein Glück, dass sie nicht runter... Nein, komm her! Oh, boy! Wenn die runtergefallen wäre, wäre ich am Arsch gewesen. Die Single Coins, die mir hier das Leben zur Hölle machen wollen. Das ist eigentlich der größte Vorteil, finde ich, am 70 Star Speed Run. Dass er nicht so lange geht. Und das ist einfach zum Zuschauen, das einfach... Das ist übel eskaliert. Einfach so viel in so kurzer Zeit passiert. Und auch einfach die Zeit super angenehm... Super angenehmsten Zuschauen ist. What? Ah, da ist halt einfach weit und breit gar keine Mauer. Digga. Ja, es ist ein Übungsrun. Das muss trainiert werden. Das ist ein Original-Trainings... Äh... Moment. Wart mal, wie machen die... Die machen das irgendwie immer so. Ich habe keine Ahnung, was man hier tun muss. Oh! What? Das wird noch nie passieren. So, das Karma will jetzt einfach nochmal die Zeit ein bisschen drücken. Oh Gott, welche Bombe muss ich denn auf die, oder? Easy. Zack! 1,16,43. Für so einen Vercoxed Run. Richtig gut, Alter. Hier bin ich echt zufrieden mit. Ohne Spaß. Wir hustlen jetzt direkt nochmal einen raus. Und jetzt wird es interessant. Jetzt bin ich im Modus. Ey, ohne Witz. 70 Star macht richtig Spaß. Jetzt kommt noch ein Member rein. Holy moly. Ist es jetzt soweit? Ist der Moment gekommen, dass die 400 geknackt werden? Wir sind zum Greifen nah. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal an den Status komme, wo ich einfach mein Lieblingsspiel runnen kann und sich das viele Leute angucken. Das hätte ich nie für möglich gehalten, aber es freut mich übel. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal ein SM64 Runner werde. So, ich gehe kurz auf die Toilette. Nicht, dass ich in meinem nächsten Runner aufs Klo muss. So, die Blase ist entleert. Alter, was geht denn jetzt los? Was? Wir sind voll? Wir sind vollständig? What the hell? Was ist passiert, wenn ich auf dem Klo war? Was zur Hölle? Ich sehe jetzt fünf Member da oben. Warte, ich check's jetzt. What? We did it. Krass, Alter. Vielen Dank, Leute. Alter, was? Holy shit, was passiert jetzt? Okay, Friends. Ja, dann müssen wir wohl kurz die Zeit nutzen und einen neuen Emote machen. Also, ich wollte ja mit euch ein Musik-Emoji machen. Zack, zack, zack. Dann holen wir uns hier kurz KK. Okay. Ich bin so ein... Mir fällt gerade was ein. Das ist einfach der offizielle Dü-Dü-Lü-Lü-Lü-Lü-Emoji. Was einfach um Mucke geht. So, und dann hätte ich mir jetzt einfach die typischen Note-Emoji-PNG geholt. Der Grund, warum ich diesen Emote mache. Wir haben so oft Momente im Stream, wo wir sagen, oh mein Gott, dieser Soundtrick ist so geil. Und dann brauchen wir einfach irgendwas, um das zu zelebrieren. Nein, wir müssen es von der Größe so machen, dass es auf der einen Seite direkt mit dem D anfängt, aber auf der anderen Seite perfekt mit dem Ü aufhört. Und wenn man dann die Dü-Dü-Dü-Dü-Düs nebeneinander macht, dann steht im Chat dann Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Oh, okay. Ich fühle das. Der ist voll geil. Ich bin voll happy. Oh, yeah. Ja! Den fühle ich. Lass uns doch mal einen Run starten Das müsste ja theoretisch die Route jetzt schon mal besser im Kopf haben Das heißt, allein schon durchs Routen optimieren Sollten wir ja theoretisch in der Lage, seine Zeit rauszuholen Mal gucken Oh, verdammt Schon wieder? Schon wieder! Ich darf mich nicht dran gewöhnen, dass das funktioniert Du hast, ja, du hast deinen Zug, glaube ich, verpasst, Alina Du hast deinen Zug verpasst, es tut mir leid Aber ich habe euch zur sechsten den Zug gesetzt Ich habe euch vorgelesen Ich habe euch Member-Crew getauft, weil ihr den Member-Counter gesprengt habt Und dann habe ich euch quasi losdüßen lassen Da habe ich einfach in einen Sammelwagen gesteckt Frechheit, ich fahre wieder zurück No, Alina Ich mache jetzt nicht ein, auf die Rede, Hübi, ein schlechtes Gewissen ein Da bin ich anfällig für Wir sind doch jetzt schon so lange in einer Beziehung Was? Ist Hübi mit Alina zusammen? Was habe ich verpasst? Gossip, Gossip Düdel dir ein Ich mache einfach eine Pornoseite auf und nenne sie Düdel-TV Oh, nein! Ich bin schon wieder aufs Speicheln und Beenden gegangen Das ist zum Heulen Egal, wir ziehen trotzdem durch Oder? Wir machen das nochmal Ne, ne, so nicht Das ist was, was, das wird so häufig im Chat missverstanden Ich weiß gar nicht, woher das kommt Wenn ich zum Beispiel Wenn ich mich zum Beispiel aufrege, wie jetzt Weil ich, keine Ahnung, mieses Movement gedroppt habe Dann denken Leute immer sofort, dass ich sollte bin Dass ich schlecht drauf bin und alles Aber das ist eigentlich einfach nur Wie soll ich sagen? Der Ehrgeiz in mir Also ich denke mir so, oh Mist Ich hätte es gern besser gemacht Aber ich bin deswegen nicht schlecht drauf oder so Also es ist so, keine Ahnung Der Sportler-Ehrgeiz in mir Das hat nichts mit schlechter Laune zu tun Oh, shit! Bruder, dreimal in Folge Wie zur Hölle? Wie mache ich das heute? Das hätte ich in meinem Leben nicht mehr hinbekommen Wegen dem Segen der Member-Crew Meinst du, weil wir die 400 heute geknackt haben? Keine Ahnung Wir werden es herausfinden Der Segen der Member-Crew kann sich mal sonst wohin Die Member-Crew hält den Mund Da sind wir wieder, Leute Warum klippt ihr vierte oder was? Oh, jetzt ist die Camp kacke Okay, ich glaube jetzt ist es Feierabend Ja, ja, egal Nicht so schlimm Lieber Gott, gib mir doch einfach mal die Power rechts und links zu unterscheiden Okay, Digi Danke Gott Ich meine, dein Sohn hat mich auch schon in Mario Sunshine zerstört Und jetzt du auch noch hier? Alles klar Danke Danke Schon wieder Schon wieder die falsche Richtung Alter, kompletter Hirn-Blackout Bruder, ernsthaft? Also, ich bin mir echt nicht sicher, ob das stimmt Aber Gerüchten zufolge soll eine Mario Collection rauskommen Wo alle 3D Marios drin sind Aber es ist, äh Das hat wirklich noch nie jemand erzählt Also, das hört jetzt wahrscheinlich wirklich zum ersten Mal Oh, nein Oh, ich könnte schon wieder resetten, ne? Was war das? Das ist mir noch nie passiert Alter, eine 602 Collection Das wäre wild, wenn die Compilation Galumba, du hast gerade meinen Run versagt Herzlich willkommen zu Hübi liest den Chat Und verkackt deswegen Ne, der Run läuft richtig gut Ja, ja, es kann nicht funktionieren, wenn ich nicht mindestens eine rote bin Ja, oh Leute, gebt euch mal alle die Zeit In meinem Run vorhin war ich jetzt schon bei Pause Meine Konzentration muss komplett los Jetzt hatten wir, glaube ich, zwei Resets gerade Äh, wir hatten drei Resets gerade Ähm, aber ansonsten läuft eigentlich alles einwandfrei Okay, das ist jetzt mein letzter Versuch Läuft richtig gut Erst meinen Keks futtern, dann läuft das Nein, bam, Abo Nummer Bock, den macht nichts Gutes draus Glaub mir, wann checkt ihr ein? Oh nein, oh jetzt Stopp Alles, alles fein Ihr seid alles wunderbare Menschen Ich bin jetzt wirklich die Ruhe selbst Hä, Flur Ah, verdammt Das ist dann, wenn man nicht senkrecht genug steht Laura, Mensch Woran denkst du denn schon wieder? Das lass mich mal so stehen Oh, shit Ich hab's hinbekommen, alle, alle acht Runden Münzen zu kriegen Das ist kein gutes Zeichen Okay Dieser Glitch ist, dieser, dieser, der ist so sexy, ne? Mal gucken, ob ich den Rutschenglitch hinbekomme Vorhin hab ich ja grandios gefehlt Ich hab auch nicht mehr ganz im Schädel wieder funktioniert, muss ich zugeben Ich glaub so nicht Ich glaub so nicht Oh, na, ist das dein Ernst? Das war schon wieder so knapp LOL Nein, nein, nicht sterben, nicht sterben Okay, so hab ich's noch nie auf die Rutsche geschafft Bibi lacht wie eine Ziege Eine Ziege? Ich lache wie eine Ziege Wow Das hab ich auch noch nie gehört Nein, ich hab den Weitsprung verkackt Kriegen wir's trotzdem noch hin? Nein, alles klar Ich geh drauf Ja, Jellick, very nice Zehn von zehn Ich bin zu früh hoch Oh, Mikonga, der war böse Wenn es eine Sache gibt, die das Niveau deines Chats unterbietet Dann ist es deine Zeit Damit hast du mich jetzt offiziell verletzt Okay Äh, wir ändern die Route Und machen jetzt einfach die roten Münzen Man muss ja anpassungsfähig bleiben Oh mein Gott Tschüss, Alter Obwohl ich einen Stern mehr geholt hab Immer noch im Plus Holy shit, Alter, was geht ab? Wo kommt das krasse Movement her? 207 und 361 Ja, genau Dann soll auch noch in dem Takt gespendet werden Wie jetzt die 207 Ne, immer 207 207 Ah, danke für 207 Euro Aber ist ja Standard-Alert, ne? Oh, oh, nein, 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 nein Okay, das war's Karma Das war's Karma wegen dem Cash Okay, das war jetzt das doppelte Cash-Karma Das akzeptiere ich jetzt eigentlich nur noch ungern, muss ich zugeben Oh ja, auch sehr gut Ein 142.000 Alert 0,1 Ja, seit 5, 7 Einfach bei jedem Alert, genau Bei jedem Alert einfach das Komma um eine Stelle nach hinten verschieben Und bei Alerts, die kein Komma haben, einfach eine Null anfügen Dann haben wir das Business verstanden Sollte den Eskalations-Alert für 100 Euro auf Minimum 1000 erhöhen Schmeiß den IQ raus Den brauchen wir hier in Net und Mario rein Schmeiß den IQ nicht weg IQ ist das Wichtigste Ist besser als IQ Ja, genau Das wäre ultra witzig Ein 300 Euro Alert Weil das die Kosten von der Switch sind Und dann ist Alert-Sound einfach nur so ein kurzes Dieser Switch-Sound Und jemand denkt sich Und ich schreibe dann so die Spendnachricht Mieser Switch-Sound Eskalation Und dann spendet jemand 300 Euro Und dann so Ende 100 Euro Members-Stufe Und dann Streams nur für Member Ach, Leute, ihr seid alle solche Geschäftsmänner Ich bin zutiefst beeindruckt von euch Oh, nee, ich führe noch eine neue Regel ein Wer 500 Euro spendet Oder machen wir 1.000 Wer 1.000 Euro spendet Der darf selber einen Customer Alert erschaffen Egal was Kann grad echt nicht reden Die Uhr ist so Konzentrationsraubend Ich denk, man sieht es Da ist einfach keine Wand Da ist einfach nicht mehr ansatzweise Mach mal ein 13,37 Alert-Gesicht mit Freudentränen Jetzt geht alles den Bach runter Boy! Okay, wenn wir jetzt ein richtig mieses Bowser's Dark World raushusteln Dann klappt das Ansonsten haben wir unsere 1.16 als neue Zeit Oh shit, oh shit, oh shit Alter! Soll ich mal einer sagen, ich könnte die Bowser-Throws nicht? Okay, ist ein neuer Rekord, aber auch noch massiv ausbaubar Am Anfang mies reingekotet Und am Ende mies reingekotet Sonst echt stabil Aber 70 Star macht so Spaß Ich könnte jetzt noch 5 Runs machen ohne Witz Das macht so Laune Die Credits komplett ab Du meinst jetzt zum Abschluss des Streams Die Credits nochmal komplett abspielen Und währenddessen über das Leben philosophieren Das Leben ist zu kurz, meine lieben Freunde Diese Musik lässt mich immer wieder darüber nachdenken Wir alle jagen unseren Zielen und Träumen nach Aber nehmen wir uns auch genug Zeit für uns? Werden wir glücklich bei dem, was wir tun? Sagen wir den Menschen, die uns wichtig sind Oft genug, dass wir sie gern haben Man weiß nie, wann das Leben vorbei ist Wenn man es vielleicht einmal zu wenig sagt Dann sagt man es vielleicht einmal zu spät Und wird es sein Leben lang bereuen Das Leben ist ein Auf und Ab Wie eine Gartenschaukel Manche haben Spaß Manchen wird dabei schlecht Und manche fliegen runter Und werden Querschnittsgelähmt Man muss aber dann auch einfach mal drauf achten Wie man mit der Querschnittslähmung umgeht Man kann es einfach so richtig geil wie Chris machen Und einfach gut drauf sein Und sein Leben nutzen Oder man sitzt den ganzen Tag nur rum Und heult in einen Kübel Das sind alles Fragen, die man sich stellt Wenn man sich solche äußerst wirklich emotionalen Credits anschaut Hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte Jeder Mensch ist ein Buch mit 5000 Seiten Und wir kennen vielleicht unsere eigenen Seiten Und vielleicht 10 Seiten aus dem Buch eines anderen Lebens Aber wäre es nicht interessant zu wissen, was in den Büchern anderer Lebensgeschichten steht? Sollten wir uns vielleicht nicht mehr Zeit nehmen Einfach mal mit Leuten uns zu unterhalten Und sie zu fragen Bruder, was steht in deinem 14. Kapitel? Und dann sagt er Da habe ich einen Six-Spot programmiert Und dann wissen wir einfach nicht Wie wir darauf reagieren sollen Weil Six-Spots sind die Leute Die uns vor Wochen noch das Leben schwer gemacht haben Seit knapp zwei Wochen sind sie nicht mehr auf dem Kanal vorhanden Und auch da stellt man sich wieder die Frage Was ist mit den Six-Spots passiert? Wieso beglücken sie uns nicht mehr? Wieso posten sie nicht permanent Pfirsich-Emojis in den Chat Und denken sich Nice, Alter, ich kopiere Nachrichten Rest in Peace, Six-Spots Es war schön mit euch Und in dem Sinne Sind die Credits nun auch vorbei Und ich hoffe, ich konnte euer Leben etwas bereichern Ja! Okay, Leute Das war ein äußerst unterhaltsamer Stream Holy Shit, hat das Spaß gemacht Ich danke euch von ganzem Herzen Liebe an euch Danke fürs Dabeisein Bis zum nächsten Mal Haut rein, Leute Danke, Leute Tschüss, Tschüss, Tschüss Tschüss, Tschüss, Tschüss Tschüss, 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 Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020